Hallo Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect, da war eh, okay. Das heißt, wir hatten ja jetzt hier... Oh, wann muss man hier? War das noch? Ich muss mich hier erstmal wieder eingewöhnen. Wo müssen wir hin? Ich habe im Moment nicht so den Plan hier. Ich habe hier gerade ohne Anzeige gesehen. Medikit. Okay. Wir sollten noch irgendjemanden retten, wenn ich das Recht weiß. Aber wo müssen wir dafür hin? Okay, verteidigen wir das Flugfeld. Oh, ich brauche hier irgendwie Deckung. Ah, was ist euch hier? Dreckspangen. Ja, ich w action. Oh, ich auf diePN Ich bin auf die dritte. Ich bin auf die dritte. Oh, ich bin auf die dritte. Oh, nein! Ich bin da, warum ich hier? Oh, ich bin da, wenn du daницу, die dritte. Na, da hinten kommt doch schon wieder einer. Meine Güte, sind wir schon da? Hoppla, der ist von uns. Und noch so einen. Weg. Was? Ich muss eine andere Deckung finden, ja. Ah, damn! Die Deckung war nicht gut, Leute. Oh, verdammt, verdammt, verdammt. Los, rauf da. Die Deckung geht. Lass doch kommen. Erstmal den Poß da. Ah. Uh-oh. Oh, verdammt. Da haben wir schon reingeleute und ich hab's nicht gesehen. Ah, heck. Gabelkopf. Das Hemd. Ja. Ihr werdet alle vernichtet, ihr Lamm. Los, Leute. Ihr müsst hier mal was mit tun. Ja. Noch so einer. Oh-oh. Schilde müssen wir hier aufbauen. Und. Noch einer. Schön chillig bleiben. Dann wären wir diesen Spacko da auch erwischen. Ja. Einer weniger? Nein, doch nicht. Oh, was kann der ab? Oh, was kann der ab? Oh, was kann der ab? Oh, das war noch rein. Ich glaube, wir sind jetzt fertig. Okay. besehnen die noch irgendwo wie war das noch irgendwie moment ein bisschen überfragt wo ich hin soll flugfeld sicher meine kollegas sind da da kann ich nicht lang ich habe aber auch nicht wirklich ja ja Tja, wo müssen wir hin? Darunter können wir nicht. Okay, wir gehen aber wieder. Gucken wir, ob wir zurück können. Ah. Okay, komm. Komm wieder, wieder rein. Ja, wir können wieder rein, sehr schön. Shepard, komm in. Geh vor. Wir versuchen immer noch die Primark zu erhöhen. Aber wir haben Probleme hier in der Hauptbarrikade. Wenn die Reapers brechen, dann sind wir fertig. Auf der Weg. Okay. Da müssen wir hin. Los, rauf mit dir. Ja. Yes. Ja. 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 Komm her. Das ist noch einer. Ah, jetzt sehen wir alles weg hier. Komm los. Wie viele von diesen Affen kommen denn jetzt noch hier? Aua. Hammer. Was ist das für ein Vieh? Oh, fuck. Boah, leck mich fett, ey. Boah, verdammt. Hat's mich erledigt. Aaaaah. Das war vielleicht nicht so clever. Okay, probieren wir's noch mal. Oh, ich komm nicht weg hier. Oh, das gibt's doch nicht. Aaaaaah. Ja, das ist, wenn man sich nicht mehr gewohnt ist, diese Steuerung hier. So. Ah, hauen ab, ihr Lappen. Oh, das ist nicht einfach. Jaaaah. Jaaaah. Ich habe ihn gepackt. Geras, zieh mich zum letzten Platz, wo du Victus gesehen hast. Wie weit? Es sollte ziemlich schnell sein, wenn wir Probleme finden. Geras, schau mal die Paladin. Das Blase von Orange. Das große. Das ist wo ich geboren habe. Das ist schwer. Wir haben noch eine Familie da? Mein Vater. Eine Freundin. Wie schlecht ist es? 3 Millionen verloren im ersten Tag. 5 im zweiten Tag. Wie ist dein Militär? Schau mal. Das sollte dir eine Idee geben. Du bist ein guter Kampf. Für jetzt. Aber wie lange dauert es, bevor die Krieg sind? Wenn sie nur hörte deine Warnung über die Reapers haben, wir wären bereit. Vielleicht. Es ist schwierig, wie du vorbereitet für etwas wie das? Noch mehr hier! Tja, jetzt gibts Schrot auf die Presse. Hä? Wo bist du hin? Was ist los? Hä? Hä? Geht's hier nicht weiter? Hä? Was hast du, Kollege? Was hast du, Kollege? Geh. Komm. Hop, hop, hop. asto Entfernt ... Entfernt wir sind ja Leute okay ich würde mal sagen wir werden das ganze heute ja sind wieder ein Stückchen weitergekommen aber von der Zeit her würde ich sagen reicht mal wieder die Gegenstände nehmen wir vielleicht beim nächsten Mal noch wieder mit das war's für heute und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder wenn es heißt Let's Play Mass Effect 3 Ciao euer Dojty Harry